Hallo hier ist der Zweikamtssofa und wir spielen Overcooked. Overcooked in der Küche als Koch und überhaupt und so. Hast du gesehen, dass das Auto eigentlich in Wasser fallen kann? Ich habe gesehen, dass du scheiße Auto fährst, ja. Was ist denn das für ein Knubbel hier? Bunk. Okay, Level 1 von 3. Ne, Level 3 von der ersten Stage-Rail. Ganz normal, 1 von 3 steht da nicht. Level 1.3 sozusagen. 3.3, nein, der dritte oder sowas. Aber wir haben den 1.2 nicht mal vernünftig geschafft. Vielleicht ein Überbiss. Ah, geil. Du bist wieder mit der Brille. Nicht böse werden da, ne? Nicht böse werden. Oh, 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 das sieht ganz übel aus. Mit Feuerlöscher und allem. Oh, 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 oh. Ich habe keine Ahnung, was brauchen wir Pilze? Was muss ich jetzt machen hier? Ich bin blau. Ähm. Da schneit sie auch, okay? Ich kann nicht auf deine Seite oder muss ich außen rum tatsächlich? Ich müsste außen rum. Ja, das war natürlich nicht. Das ist ja ein Unsinn. Aber ich habe den Feuerlöscher. Kannst ja schon mal präparieren hier. Was soll ich präparieren? Du hast alles auf deiner Seite. Sogar die Teller. Nein, 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 nein. Was soll das denn jetzt? Nein, 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 nein. Was soll ich jetzt? Was? Ich lege dir mal ein paar Sachen hin, okay? War das schon fertig hier? Nee. Wo muss das denn hin? Ach so. Was will der denn von mir da? Der will immer, dass es zu heiß ist hier, oder was? Der muss schnibbeln. Hallo. Ich habe einen Topf. Schnibbeln ist nicht. Der wird zu heiß hier. Guck mal. Leg es auf die Seite. Leg es auf die Seite. Genau. Wie beim echten Leben. Genau. Jetzt kochen wir mal schön. Was brauchst du noch? Da. Im echten Leben nehme ich nichts auf die Seite. Ich habe keinen Topf, weil der auf der anderen Seite steht. Kacke. Hier in der Mitte. Da in der Mitte. Hilfe, 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 Hilfe. Das ist jetzt ein bisschen zu chaotisch für uns. Und deine Feuerlöscher. Feuerlöscher. Was soll ich da mit? Was soll ich mit geschnitten? Lass es doch da liegen. Wie kommst du an den Topf da hinten? Der liegt doch kack. Warum löscht du nicht das Feuer? Äh, habe ich noch gerade. Nein. Jetzt brennt alles. Jetzt brennt alles. Jetzt brennt einfach alles. Jetzt brennt einfach alles. Alles gut. Alles gut. Kann ich das mitgeschnitten oder was? Oh nein. Nein. Ich will diesen Teller. So. Du hast die Dinger da. Wunderbar. Äh, Hilfe. Wir brauchen eine Zwiebelsuppe. Schneiden. Ach was? Ja. Ich weiß nicht, dass das so in den Pott geht. Wenn es schnell gehen muss, geht das auch mal so in den Topf. Ich muss den anderen Topf haben. Ja, den kriegen wir nicht. Das andere ist auch fertig jetzt. Das Essen ist fertig. So, muss man halt mit einem Topf legen. Jetzt haben wir die Chance, den Topf zu klauen. Vielleicht kann ich aber gleich drauflegen. Jetzt bin ich in der Küche. Warum sind die Schneidstationen so weit vom Topf entfernt, frage ich mich. Das würde ich doch niemals machen so in der Küche, oder? Das Essen ist fertig. Ich gebe dir mal einen Teller. Teller! Jetzt ist das Essen fertig. Ja. Dankeschön. Sag ich doch. Sag ich doch. Leckiges Geschirr haben wir diesmal nicht, oder was? Schauen wir nicht. Nein, 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 nein. Das wäre auch so rum hier. Ja. Das Essen brennt an. Genau. Ja, sehr gut. Das ist aber das falsche. Das ist irgendwie Tomaten statt Orangen. Gib mir Orangen raus. Oh, das sind Zwiebeln. Du mit deinen Tomaten, Zwiebeln, Orangen, das ist doch scheißegal. Alles, was da oben steht, kannst du bedienen. Du willst das nicht der Reihe nachmachen. Ach was. Wir können uns bedienen, dann bedien dich doch mal. Schneller, schneller. Ich konnte es nicht mehr ganz hacken. Es ist noch nicht ganz fertig. Oh. Nein, war noch nicht fertig. Ich brauche ein paar Teller hier, ne? Oh, oh, oh. So, sind wir fertig. Ich mach doch gleich zwei Töpfe, da fällig. Alles Tomaten, richtig? Und noch eine Tomate, dann sind es Tomaten genug. Oh nein. Alter, das ging ja fix. Jetzt sind wir wieder echt in so einen Groove reingekommen, ne? Ja, aber gerade mal ein Sternchen. Ein Sternchen. Ihr seid immer echt gemein mit eurem Sternchen, oder? So, das war es jetzt erstmal. Wettbewerbslevel freigeschaltet. Papagei am Spieß, lecker. Lecker. Okay, das war das Zweikampfsofa mit dem Papagei am Spieß bei Overcooked. Juhu und tschüss. Wir sind auch zwei Zs. Lauf, die wir hier, nicht. Ich hatte das hier.